Ich pull up my criminal Da bin ich. Da bin ich. Sag du's mir. MJ Maufogge. Soll ich dir zeigen, was ich im Catwalk-Training gelernt habe? Ich lauf wie ein Boss-Ass-Bitch. Schultern gerade nach hinten. Und ... Wow, 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 wisst ihr, was ich meine? Die ist die Master, Master Drooperin. Ich hätte gern mal einen Tag so ein Leben wie sie. Weil die lebt ... Also Leute, check Naomi auf die Falle. Nein, check mich nicht ab. Ich mach grad Pfandflaschen rein. Ach so, ja. Juhu, S-O-T. Beste Nacht. Super, super. Super, super. Ich mach grad eben diese Kofferraum-Auffassung. Auf einmal die ganzen Jacky-Dosen fallen auf der Straße. Leute dachten, ich bin ein Alkoholiker. Wie viel? Ja, Bro, Digga. Nein, das ist für die Crew. Damit sie mit dir zusammenarbeiten können. Ach so. Ah, okay. Stress, fuck, yo. Du hast gewartet, wieso ... Guck mal, der nimmt sogar noch das. Aber weißt du nicht, was? Du gehst zu schnell. Nein, nimm die doch. Ich dachte grad, der ist grad im Gesprächsdrehen. Man kann so schleichen und so. Nein, okay. Das nur für die Entspannung, weißt? Ich bin aufgeregt wegen dem Dreh. Ey, die Nacht ist noch jung. Ich werd heut in die Luft. Riecht nach Sunset. Kurs auf den Straßen am Sadams. Straßen am Sadams. Ich dachte, man muss das ... Man braucht auf jeden Fall keinen Grape. In der Werkstatt machen wir's. Grape zieht nur Bienen an. Und macht die Lunge kaputt. Süß. Was hältst du? Warum hat's los, oder? Gibt dieser Frau ihre Credit. Hört ihr diese Stimme? Ey. Weißt du, was ich mein? I never got a no ... Das ist der härteste Song von Ayumi für mich persönlich. Hört mal zu, hört mal zu. Hört ihr da dein? Oh, yeah. Oh, boy, this shit, man. Ich kenne den Code. Und teile mein Brot. Es tut mir nicht leid. Jetzt ist alles vorbei. Ich fick nicht mehr ... Hey. Ich glaube, Leute, wir sind angekommen. Kommen wir mit, Bruder. Der Fahrer ist ein bisschen Knockout gewesen. Deswegen muss auf jeden Fall Darko fahren. Aber der hat den Job sehr, sehr gut gemacht. Deswegen bitte einmal einen Applaus für Darko, Darko. Darko, we appreciate you. Er hat einen sehr, sehr, sehr guten Drive hingelegt. Deswegen 1A-Sahne. Wirst du beschädigt, nicht? Oh, nicht Darko. So was, das muss ich wieder? Hi, I'm your butt. Oh, careful. Hi, Andreas. Ich bekomme jetzt gerade die Haare geflüchten. Und gleich geht's dann mit der Wig weiter. Das ist Jace. Hi, guys. She's gonna be doing my hair today. Sie macht heute meine Haare. Oh, das ist schwierig, ich komme nicht weiter runter. Nein, nein, nein. Mehr kommt nicht. Was wird das? Spagat. Ich will auf meinruit, ich will auf mein trasfer. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020